Besser! Alter! Du, du weißt aber jetzt, wie über uns die nächste Party kommt! Jawoll! Eine und halbe Runde! Nochmal! Alter, was ich für kalte Füße jetzt mehr dabei habe, ne? Mensch, was ist denn nicht die hier? Ja, die Probleme haben wir alle! Guck mal hier! Die Weile ist auch da! Wir sind gleich! Wir machen Fortschritte! Da war definitiv nix! Komm, jetzt kommen wir auch nach Hause draußen, gehen wir zu einem Regelspiel! Vor allem, meine erste Frage war ja, regnet es draußen? Ne, draußen ist es furztrocken! Ich dachte, die Regeln da draußen sind, sondern das sind hier rein, dann kommt draußen gar nichts!